Jo, meine Leute, herzlich willkommen zu diesem Video. Die dritte Liga-Saison 20, 23, 24 geht wieder los und das sind die Bonus-Predictions dafür. Los geht es alle Spieler live auf Magentasport. Welche Mannschaften belegen die Plätze 1 bis 3? Also 1 bis 2 steigen sofort auf der dritte Relegation zur zweiten Liga. Los geht es. Aufsteiger sind also erstmal Drittligameister Saison 20, 24 wird der RZ FC Saarbrücken. Herzlichen Glückwunsch. Und zweiter somit Aufsteiger ist auch der SC Pferd. Herzlichen Glückwunsch an die beiden Aufsteiger Saarbrücken und Pferd. Und in der Relegation kommt Rot-Weiß Essen. Welche Mannschaften belegen die Plätze 17 bis 20? Also spielt Relegation zur Regionalliga. FC Viktora Göln. Und welche Mannschaften steigen? Drei der Mannschaften steigen ab. Plätze 18 bis 20? FC Herz-Gubicke-Aue, MSV Duisburg und Hallerschar FC. Mein Beile heißen. Welches Team stellt den Spieler mit den meisten Toren? Es ist der SC Pferd mit Hendrik Mittelstädt. Herzlichen Glückwunsch. Und wer wird Herbstmeister? Der RZ FC Saarbrücken. Herzlichen Glückwunsch. So, das war's von der neuen dritten Liga-Saison 20. 23, 24 mit den Bonus-Peditions. So, wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns doch noch um da. Vergiss kein Abbo, dann nehme ich das Glöckchen, das nie vergessen zu aktivieren. Dann verpackt ihr keine Benachrichtigungen auf den Channel. Bis dann. Good pick. Ciao.